Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Gutshaus Kroop und wir sind im Nebenhaus. Wir haben es so genannt, es heißt jetzt Nebenhaus. Das Haupthaus ist auch noch da, das konnten wir nicht abreißen. Manchmal wäre es ja besser, die Sachen einfach abzureißen und neu aufzubauen, aber nein. Wir haben es dann so gemacht, dass wir es eben repariert haben und nochmal ein, zwei, drei, vier, fünf Etagen oben drauf gesetzt haben, weil es ja ein Gutshaus ist, ein Gutshaus Kroop. Wie auch immer, hier sind wir und in dieser Folge, wie schon am Ende der letzten Folge angekündigt, wollen wir ganz gerne hier ein paar Verkaufsstände aufstellen, denn wir haben soweit fertig. Die Wachen sind alle bedient, hoffe ich. Das Ding hier, das können wir vielleicht ein bisschen zurückziehen. Ich gucke auf die Wand und sage das Ding hier, dieses meine ich. Können wir vielleicht etwas zurückziehen, damit wir hier noch ein bisschen mehr Platz haben für die Verkaufsstände. Vorbei kommt er hier noch. Wir können das sogar noch ein bisschen weiter hinten in die Ecke ziehen. Das reicht doch so für die Wache. Hier kann er sogar hier durchgucken. Wunderbar, klappt alles. Hat super gepasst. Und wir gucken jetzt mal, dass wir die schrotigen Verkaufsstände, die alten nämlich, hier aufbauen können. Da oben soll auch noch was passieren. Da wollen wir auch noch Verkaufsstände reinpacken. Aber da dann die neuen aus dem Voltec Workshop, das passt irgendwie besser dann oben in die ganze Gemütlichkeit der ganzen Soteria, sage ich mal dazu. Und ja, wie gesagt, hier kommt man also rein. Moment, Moment. Hier bauen wir jetzt also die... Du stehst ja hier im Boden. Naja, sei es drum. Ich habe nichts gesehen. Muss dir nicht peinlich sein. Ich gucke auch weg. Ja, also hier kommt man rein. Die Idee ist ja nochmal, wir wollen das ja schon so ein bisschen hübsch haben, damit man... Ah, hier drin... Oh, oh, was ist denn hier? Ein Riesenmarktplatz. Wisst ihr, was ich meine? So ungefähr soll das Gefühl sein, wenn man hier reinkommt und deswegen, ja, werden wir noch öfter hier rein und raus rennen, denke ich. Wir fangen mal an mit dem... Ja, wir haben hier so einen kleinen Marktstand. Wir haben aber auch einen großen Handelsplatz. Ist jetzt egal. Wobei optisch... Vielleicht fangen wir erstmal klein an, füttern die Leute sozusagen an, die hier reinkommen. Da können sie dann gleich hier mal so ein bisschen kramen. Da haben wir so einen... Ja, so einen Kramerladen, so einen Krabbeltisch. Ja, wenn wir es eingelagert haben, stellen wir es auch hin. Abreißen können wir es ja immer noch nachher. Wir werden gar nicht so viele Siedler hier haben. Das ist noch ein Punkt, den ich sehr schade finde. Das finde ich sehr schade. Vielleicht würde es dann auch nicht so ruckeln, wenn wir so viel bauen, wenn mehr Siedler da wären. So, man kommt hier rein und kann hier gleich mal... Ja, das kann aber noch ein Stück zurück, finde ich. Gleich sich hier vorne anmelden und dann hier gleich auch einkaufen. Kommt der eigentlich hier rein? Ja, der kommt da rein. Ha, die Ärztin. Sehen wir schon. Die kann das. Auf dem Seidpferd quasi gerade. Ja, Moment mal. Wie jetzt? Hier geht es nicht? Wieso? Ich wollte das nur so ein bisschen ordentlicher hier eigentlich. Ah, egal. Das hat jetzt gar nichts gebracht. Ich wollte das so ein bisschen auch vom Tisch weg haben hier. Damit man sich da auch wirklich gut anmelden kann. Ja, so vielleicht. Dann steht zwar die Verkäuferin hier immer an der Treppe. Aber wenn die Wachen kommen, dann... Ja, die wird ja in der Lage sein, einen Schritt zur Seite zu gehen, oder? Ha, ha, ha. Wer? Naja, unsere Siedler, wenn die auf der Treppe stehen oder die Treppe blockieren, sollen sie in der Lage sein, einen Schritt zur Seite zu gehen? Wohl kaum. Das glaube ich eher nicht. Naja, aber gut. Man kommt rein. Oh, hoppla. Wo ist die Tür? Hier. Man kommt rein. Oh, die Treppe funktioniert nicht. So. Man kommt rein. Man kann sich hier also anmelden an der Information. Man kann sich Informationen holen und fragen, wie, wo gibt es dann hier das und das? Ah, hier vorne ist gleich das Tor. Okay, da kann man schon mal ein bisschen kramen. Krims, Krams, was wäre denn das nächste, was wir gerne hätten? Der nächste große Tor, der sollte dann ganz weit weg sein von diesem hier, damit es da keine Konkurrenz gibt. Oh, Moment mal, das ist der auch nicht. Das ist dieser hier. Ganz genau. Können wir den hier drunter bauen, können wir ihn nicht. Ja, vielleicht direkt hier auf die andere Seite, dass wir den hier so an diese Treppe dann bauen. Gegenüberliegend. Und, ja, wenn man reinkommt, man läuft ja nicht kreuz und quer, müsst ihr jetzt. Das ist doch wieder typisch. Die ganze Zeit war hier nichts los. Ich weiß ganz genau, als wir drüben im Haupthaus gebaut haben, da seid ihr da alle rumgerannt. Was ist denn los mit dir? So, komm mal her, mein Freund. Du kannst dir mal sofort, zack, zugewiesen sein. Das hast du jetzt davon, von deiner Rumlungerei hier. Ja, aber es ist wirklich so. Was ist jetzt los? Ja, jetzt verstehst du. Ja, dann mach auch. Nein, 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 nein. Ich will das nicht. Die zwingen einen hier zu Sachen, die man gar nicht machen möchte. Ich will das nicht gezwungenermaßen ganz schnell irgendwo einfach hinklatschen, damit das da steht. Hör auf. Hör auf, hier rumzurennen. Siehste? Jetzt rennst du davor. Normalerweise müsstest du jetzt eine Beule auf deiner Beule haben. Ach, Moment mal. Was haben wir denn hier gemacht? Das ist eine Wache? Du, 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 du bist ja eine Wache. Du kommst nach oben. Oben ist auch schön. Okay. Okay. Ach, da haben wir die wenigstens schon mal zugewiesen. Ja, das ist doch zum Aus der Haut fahren. Müsst ihr denn die ganze Zeit jetzt hier rumrennen? Das gibt es doch echt nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, wir machen in der Soteria weiter. Wo? Die waren die ganze, als wir im Baumenü waren und hier drüben waren. Da sind die die... Wo ist die Treppe nach oben? Das ist keine Treppe. Das ist die Treppe. Wie viele Siedler haben wir denn hier? 30? Ja, das kann doch gar nicht sein. Dass die... Hier oben, die hockten alle auf dem Dach. Das ist mir egal, wie viele. Da, hier. Die Treppe blockiert. Alle wichtigen... Da oben, da hocken sie ja immer noch. Irgendwas stimmt hier nicht. Alle 30 sind total von der Rolle. Und stehen immer nur im Weg. Die sitzen da rum. Ja, ist doch gut. Lass sie doch sitzen und stehen und was sie sonst so machen wollen. Ich hätte das hier gerne ordentlich aufgestellt. Und nicht so nur ganz schnell, damit es da steht. Peng hingeklatscht. So möchte ich das nicht. Das war ein Millimeter. Hat das jetzt irgendetwas gebracht? Das kommt ja noch. Das ist doch wohl jetzt etwas... Na was? Wenn man die Treppe benutzt, dann ratscht man sich immer hier. Das ist überhaupt nicht gut. Oder wir bauen nur noch nachts. Aber nachts möchte ich auch nicht bauen. So müsste das schon stehen. Ein bisschen weiter nach hinten vielleicht noch. Warum das so ist, frage ich mich mit den Siedlern. Dass die immer da rumrennen, wo man baut. Aber in anderen Siedlungen haben wir festgestellt, dass es nicht immer so ist. Am Anfang ist das meistens so, wenn man anfängt zu bauen. Aber wenn man schon eine Menge gebaut hat, dann eigentlich... Oh gut, die können sich hier vorbeizwängen, das geht. Eigentlich ist das dann nie so später, dass die einen vor den Knochen rennen. Im Gegenteil, die sind dann immer weg, wenn man baut. Also bis jetzt hatten wir nur am Anfang immer solche Sachen, dass die Siedler dazwischen gerannt sind. Hier haben wir ja noch gar nichts gebaut. Oh, ja, das ist vielleicht ganz gut, dass wir hier noch nichts eingelagert haben von diesen Sachen. Und ich hoffe, bei den Waffen ist das ähnlich. Gut, die bringen Kronkorken, was ja auch ganz wichtig und schön ist. Aber wichtiger ist uns doch erstmal zum Beispiel diese Gastronomie. Und da haben wir hier diesen kleinen... Ja, warum haben wir das? Also ich glaube, die... Ja, das zerstören wir. So viele sechs Stück von den kleinen. Und nur ein Restaurant... Ah, das Restaurant muss hier. Das muss hier hin. Ganz klar. An die Muckibude muss das hier. Zack. Damit die, wenn die trainiert haben, dann können die gleich rauskommen. Und sich da so satt essen. Oh, außerhalb des Baubereichs was. Ne, geht anders nicht. Da ist oben, die Decke ist wohl im Wege. Ach, das passt aber wunderbar. Das geht. Die kommen hier noch vorbei mit ihrer breiten Schulter. Oh, tritt mich nicht. Die kommen da noch gut vorbei mit ihrer breiten Schulter. Und die Bar ist auch gut zu sehen. Ja. Da haben wir noch Getränkestände. Aber wir können ja hier nicht nur Getränkestände reinbauen. Sechs Getränkestände. Ist das verrückt? Wir haben niemals so viele Siedler, die hier dran arbeiten. Ja, okay. Die Getränkestände kann man wunderbar auch nach draußen stellen. Da sollten wir uns dann also auch mal einen Plan machen, wie wir das hier mit den Händlern aus Bankahill machen. Also einen Plan. Ja, wir sollten uns mal überlegen, wie wir das mit denen machen. Dass wir die unterkriegen. Was wir brauchen, sind Kliniken. Und zwar eine große Klinik nur. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, die könnten wir eigentlich auch hier in die Ecke bauen, damit die, wenn die trainiert haben und sich den Finger geklemmt haben oder was. Dann können die hier gleich so zum Arzt. Ja, bauen wir das doch mal so hier hin. Ja, mit nur einen, das passt schon. Da haben wir aber irgendwas falsch gemacht hier in der Siedlung. Dann haben wir einen Bekleidungsstand. Davon haben wir bestimmt auch nur einen. Das ist auch gut so. Einer reicht auch. Boah, dann ist das ja gar nicht so groß hier mit dem Markt. Aber da hat man ja auch sehr viele mehr Auswahlmöglichkeiten. Hat man gar nicht. Bekleidungsstand. Neben die Klinik. Ja, wenn die mal was nähen müssen an der Klinik. Hier kriegen sie Nadel und Faden her. Oder wir stellen das so auf. Ach komm, wenn wir nicht wissen, dann stellen wir das schräg auf. Sieht doch auch schön aus. Ja. Haben ganz schön viel Platz, die Händler hier nach hinten. Ja, wenn wir Dekorationen machen nachher, dann können wir hinten, dahinter sind wir froh, wenn wir da viel Platz haben. Dann können wir immer noch hier... Oh, ein Brahmin. Können wir das runterschubsen? Nein. Wir haben ja keinen Berti Bird. Wer haut denn da ab? Wer kommt denn da? Achso, das ist einer von unseren. Ja, klar. Jetzt haben wir den Salat. Oh, wo ist es hin? Zum Glück nicht hier drin. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ja. Okay, wir werden viel Platz haben nach hinten. Und achso, ja, wegen Bekleidung und so. Da hätte ich hier ja schon ganz gerne auch nochmal so wenigstens einen kleinen Umkleidebereich. Hier könnte man was hinbauen. Also, dieses hier raus, ja. Nee, das bleibt drin. Wenn, dann müssen Vorhänge davor. Nee, das bleibt drin. Ja, sag ich doch. Habe ich doch gesagt gerade, das bleibt drin. Ja. Umkleide. Oh, passt doch. Sieht gar nicht mehr so groß aus jetzt die Halle, was? Entschuldigung. Ja, sieht etwas geschrumpft ist, das alles wirkt. Kleiner jetzt. Dabei hätten wir hier so viel Platz für Betten und so. Aber wir könnten das so machen. Wir könnten hier durchaus doch noch so eine Art Lagerraum oder so etwas hinten hinbauen. Da könnten wir hier also noch eine Trennwand reinziehen. Dann würde das nochmal kleiner wirken. Oder aber wir lassen das so. Ja, aber irgendwie wirkt das jetzt nicht so richtig. Oder, was könnte man da hinmachen? Essen? Wo ist Essen? Da ist die Bar. Ach, das bringt ja auch nichts. Das mit der Bar, das ist schon okay. Die können sich dann hierhin stellen und was mampfen. Aber ich dachte mir jetzt, dass wir hier vielleicht... Ah. Dass wir hier vielleicht so ein paar Tische und so hinbauen, diese schönen... In general Geschichten, ja gut. Dann müssten wir das andersrum machen. Dann müssten wir... Hier also das Bekleidungsgeschäft hinstellen. Und die Bar hier drüben. Das ist jetzt die Überlegung. Das ergibt, glaube ich, mehr Sinn, wenn die Bar hier steht. Schade. Dann müssen die Leute, die trainieren, müssen dann ziemlich weitgehend zur Bar. Aber andererseits, glaube ich, die werden schon nicht umfallen, oder? Die wissen doch, wo ihr Pensum ist. Wie viel die trainieren können, sollten die wissen. Stellen wir lieber die Kleider hier hin. Ja, dann haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nämlich... Die können sich dann ja umkleiden in der Umkleide. Also hier von den Trainingsleuten hier. Da haben sie ja hier so den Umkleideraum. Die Leute, die sich hier Kleider kaufen, können sich da auch umziehen dann. Ja. Die Bar kommt hier hin. Und am nächsten Tage... Wir gehen erst mal schlafen, damit wir auch was sehen. Damit wir auch sehen, was wir machen. Und am nächsten Tage geht es dann daran, dass wir hier also so einen kleinen S-Bereich einrichten. Ach, da fällt mir gerade ein. Was haben wir denn an Böden eigentlich? Ich habe doch mal irgendwo... Ach so, ja, ich weiß schon. Aber erst mal kann ich den Satz zu Ende sprechen, oder? Ich habe doch mal irgendwo so einen Karoboden gesehen mit Karomustern. Ja, den habe ich dann hier gesehen. Das ist mir dann eingefallen nachher. Ja, da ist er. Schade. Schade, dass man so etwas nicht hat. Oder einen Anstrich oder so. Das wäre jetzt schön. Ja, man könnte auch die Vault-Tec-Teile hier irgendwie reinbauen. Aber welchen Sinn ergibt das? Für mich nicht so viel Sinn. Denn warum sollte Vault-Tec hier irgendwas aufgebaut haben? Hier am Gutshaus-Crope. Alles andere sieht so schäbig aus. Das haben sie 200 Jahre nach dem Krieg alles hier zusammengefrickelt. Und Vault-Tec hat vorher dann schon irgendwas hier aufgebaut. Naja, das ist die gleiche Frage. Warum steht hier oben so ein Häuschen von Vault-Tec? Ja gut. Bei dem Häuschen, das sieht ja ziemlich kompakt aus. Da könnte man ja noch sagen, die haben das vielleicht mit Vertibirds irgendwann mal hier abgestellt. Mit einem Vertibird. Oder hatten so Glück, haben das... Ach, Brahmini können doch so ein Häuschen da verschieben. Wenn man fünf Brahmini nimmt... Ja klar, 50. Ja, dann kann man das wegziehen irgendwo. So, wie dem auch sei, wir sollten mal zusehen, dass wir wieder ins Bett kommen. Es wird hier etwas dunkel. Das Bett ist weg. Das Bett ist weg. Kein Bett hier. Na gut, dann stellen wir uns eben hier ganz schnell mal eins hin. Bett schon. Oh, da sind aber auch nur noch drei Betten eingelagert. Ach so, die hatten... Ich weiß schon, die hatten ja vorher sowieso keine vernünftigen Betten. Das wird um 8 Uhr, ist ja schon dunkel hier. Ja, vorher hatten sie keine richtigen Betten. Die hatten diese schmuddeligen Schlafsäcke. Das reicht ja eigentlich für die Siedler. Aber ja, wir können die auch in richtigen Betten jetzt betten. Durst hat er gehabt. Nicht, dass man dehydriert hier während der Aufnahme. Dann ist man nachher ganz ausgetrocknet. Oh nein. Aber um 7 Uhr ist es dann schon wieder hell. Ja, jetzt können wir aufstehen. Alles gut. Aufgestanden. Ausgehungert sind wir. Oh, essen können wir aber eine Kleinigkeit. Sollten wir auch. Ich bin sowieso überrascht, dass wir keine Parasiten bis jetzt haben. Sonst bekommen wir doch immer Parasiten, wenn wir schlecht essen. Und wir haben schon ein paar Mal jetzt vergessen, richtig zu essen. Gemüsesuppe. Was haben wir denn noch Schönes? Die Nudelschale. Eigentlich besser für unterwegs. Echt jetzt? Wir haben schon unser ganzes Essen, das wir letztens zubereitet haben. Alles aufgebraucht. Na ja, dann gibt es noch mal hier so eine Gemüsesuppe. Ne, also ich meine, Hunger hin oder her, das ist ja gerade das. Wenn man mal so ein paar Tage oder eine Woche nichts gegessen hat, dann ist das ja gerade so. Man kann dann ja gar nicht so viel essen mehr. Ja, dann isst man zwei Löffel und ist satt. Ein paar zusätzliche Becken würden uns aufnütern. Da ist man ja sofort satt. Ja. Und keiner hier, oder? Nur Cricket ist hier. Ja, das ist aber auch gut. Wenigstens Cricket ist hier. Aber wir wollen... Ja, aber wir wollen jetzt gar nicht. Guck mal. Die steht hier gerade so günstig rum. Ach so. Super. Ja, wir haben gar keine Zeit zum Reden. Oh. Der, die, das. Was ist das? Eine Frau? Eine Mann? Ich habe gerade überlegt. Die arbeitet doch hier falsch. Ja. Ich meine, die arbeitet falsch. Komm mal mit. Klar. Daher könnte eine Wache sein hier zum Beispiel. Ja. Dann rennen wir uns doch auch schon nicht mehr so... vor die Knochen die ganze Zeit. Was wollten wir noch machen? Curry, seit wann können wir dich denn schubsen? Haben wir sie so ein bisschen verschoben? Was hatten wir... Ach so, ja richtig. Das machen wir aber ganz fix noch. Auch wenn die Folge dann etwas länger dauert. Aber ganz schnell hätte ich noch, damit ich es nicht vergesse, hier die Bänke aufgebaut. So einen kleinen Speisebereich. Dunkelwasserbaustelle wird angegriffen. Oh, wie schön. Eine Majolök-Königin wahrscheinlich. Ja, da haben wir sie. Ja, und damit die Bedienung gut rankommt, bauen wir das mal so hier auf. Ah, komm, wir fangen an der Tür mal an. Dann können wir besser abwägen, wie viele wir da hinbekommen. Oh, Moment. Jetzt echt... Die snappen an. Das wusste ich ja gar nicht. Seit wann machen die... Das ist neu, oder? Das muss neu sein. Ich meine, das haben wir doch schon mal ausprobiert. Wir haben die doch schon mal gebaut. Und dann haben wir immer versucht, die gerade aneinander zu kriegen. Jetzt docken die aneinander an. Ja, prima. Wie gesagt, das ist mir neu. So, die Wachen können sich ruhig so ein bisschen im Hintergrund halten, finde ich. Aber die Wachen können ja auch mal was essen wollen. Und hier kommen wir noch vorbei, oder? Ja. Ja, die kommen schon. Die schaffen das. Hey, prima, 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 dass die andocken aneinander. Oh, da kann man ja eine ganz große Geschichte auch noch bauen. Nein, die haben nicht angedockt. Wir waren doch... Wo waren wir? In der Slock haben wir doch sowas gebaut. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so war. Da haben wir versucht, die so gerade wie möglich aneinander zu stellen. Oder? Ja, ich bin mir sehr, sehr sicher. Kann man sich ja nachher nochmal angucken, die Videos von der Siedlung. Der Slock. Slock. Ach, der Slock. Der Slock. Naja, das kann ich nicht mit den klickenden Geräuschen während des Sprechens. Aber man muss ja auch nicht alles können. Warum steht der hier? Ach so, der gehört eigentlich da drüben hin. Ja, die verteilen sich dann selber so über drei, vier Posten immer. Hier ist zum Beispiel auch noch nirgends einer zugewiesen. Dort auch nicht. Da frage ich mich, er hier, wo ist der denn überall zugewiesen? Ich dachte, wenn wir ihn hier oben hinstellen, ja, dann wird er sich automatisch so den anderen Sachen zuweisen. Hier oben passen doch Betten ohne Ende hin. Was wollten wir denn sonst hier noch machen im Gang? Hier könnte man natürlich auch noch schöne Verkaufsstände hinbauen. Ja klar, da kann man von unten, wenn man unten nichts gefunden hat, kann man hier nach oben gleich gehen. Und oben dann weiter shoppen. Da muss man aber weit nach oben. Ja, hier hat man die Aussicht. Hoch. Ich wollte gucken, wo die Wache da hingeht gerade, der jetzt da runter geht, dieser hier. Die Tische werden angenommen, habe ich vorhin gesehen. Da saß schon jemand. Ach so, das ist ein anderer Platz, den er sich genommen hat. Na ja gut, wie ich schon sagte, ich mag das, wenn die Wachen immer hin und her laufen. Deswegen baue ich sowas immer ganz gerne überall auf, wo Bewegung im Spiel sein soll, so ein wenig. Wir haben aber auch irgendwo, ja guck mal hier, haben wir schon mal eine Ärztin zum Beispiel. Da haben wir aber gerade schon eine Ärztin zugewiesen. Das war jetzt unklug, was wir da gemacht haben. Hier oben haben wir eine. Echt, wer ist das? Eine weibliche Wache. Cool. Moment. 200 Jahre. Eine 200 Jahre alte weibliche Wache. Die kommen wir dann gleich. Ressource ist zugewiesen. Ja super, die haben wir dann gleich da zugewiesen. Aber eine Köchin wollte ich doch gesagt haben. Eine Köchin müssten wir ja auch noch irgendwo rumlaufen haben. Aber darum können wir uns dann vielleicht auch in der nächsten Folge kümmern. Denn, liebe Welt, ihr da draußen, diese Folge ist vorbei. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Und tschüss. Das war es, ich finde es dabei. Vielen Dank.